Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Home-Challenge. Das heutige Thema lautet Zielwurfspiele. Alles was ihr dafür benötigt, sind ein paar Alltagsmaterialien, die jeder von euch sicherlich daheim liegen hat und aus denen wir zwei Stationen basteln werden. Station 1 trägt den Namen Ringwurfspiel, Station 2 heißt Torwandfliege. Station 2 Station 2 Station 2 Station 3 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.